Speistige Reiste reisen selten bis Elba. Man achtet euch halt selber. Aus Backdieter. Ja, wieder ein paar NBN-Pakete. Hat sich ein bisschen was zusammengesammelt. Wir fangen mal mit dem an. Das habe ich schon oft gemacht. Das ist von David. Und zwar hatte der sich von mir mal mein Innenwiderstands-Messgerät geliehen. Das hat er mir jetzt hiermit wieder zurückgeschickt. Und noch ein paar Klemmen. Eine Schachtel Kippen. Hier ist noch ein Briefchen. Das ist ein Fischkuss. Ein Schnäppchen. Und noch, was haben wir noch? Ich weiß nicht ob ich das zeigen darf. Hier ist noch was eingepackt. Das ist doch ein Putzlappen. Mikrofaser, oder? Kannst gut gebrauchen. Da knistert es. Ah, leckerli. Guck mal. Nimm zwei. Oh nein, bist du verrückt. Du Lümmel. Das darf man doch gar nicht. Vielen lieben Dank, auf jeden Fall. Hier ist noch... Ach, hier sind noch die... Sind noch zwei Spitzen für die Messgeräte, oder was? Hätte ich dir die mit reingelegt? Nö, ja. Ja, vielen lieben Dank. Hätte er nicht sein müssen, Junge. Mensch, ich habe das doch kostenlos verdient. Aber, was sind das ja? Fisch-Schnaps. 40 Volt. Ach du Scheiße. Na ja. Dann haben wir ja, wie gesagt, vielen lieben Dank. Ist das ja noch Lütsinn oder was? Ich tue das mal alles wieder rein. Dann habe ich noch vom Marselle-Bäckle gekriegt. Das liegt schon ein paar Tage da, aber ich wusste, es kommt was. Deswegen habe ich ein bisschen gesammelt. Okay, hier ist schon mal irgendeine Platine. Das ist ein Lüfter. Defekt. Okay, da gucken wir dann mal. Also hier sind auf jeden Fall auch so defekte Sachen dabei. Was ist denn das? Lüfter? Ach, das ist das Heizgerät. Die Heizpistole, was du gesagt hast, die nicht mehr geht. Okay, da kann man auch mal. Hatte ich ja gesagt, guck ich mal rein. Oh, guck mal. Leckerlis. Schnaps und Leckerlis, ey. Da bin ich doch gut versorgt. Vielen lieben Dank, Jungs. Ja, und hier ist das, hatten wir drüber geredet, das ist irgendwie ein 3D-Drucker-Board. Ich habe jetzt leider den Begriff nicht. 2560 Medien China. Ja, also auf jeden Fall für einen 3D-Drucker. Und der Atze hatte mich mal angehauen, von wegen, aber meinen alten 3D-Drucker hat mir so blöde gequatscht. Und ich habe jetzt gesagt, Mensch, wenn Marcel die Platine eh nicht mehr braucht, dann schenkt mir die einfachen Atze. Und dann soll er sich einen 3D-Drucker selber draus bauen. Und gleich ordentlich, weil die gekauften ist meistens nicht so der Hit, ne. Ich vermute jetzt mal, oh, 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 guck mal, leckerlis, leckerlis. Vielen lieben Dank. Und hier ist noch genau der Rest von der, von der Heißluftpistole. Von Wirt. Hat er schon geguckt und hat die Fehler nicht gefunden. Habe gesagt, ja gut, ich kann ja mal gucken, aber viel Hoffnung mache ich dir dabei nicht. Hier haben wir irgendein blaues Kabel isoliert. Zweiartig. Hm, irgendein Spezialkabel oder irgendwas. Gut, ja, wie gesagt, das Ding gucke ich mir mal an. Das kommt auf den Atzehaufen. Äh, ja, und wie gesagt, ich weiß nicht, was... Ach, das gehört glaube ich auch noch mit dazu wahrscheinlich hier, ne. Noch mal extra Gebläse. Das ist das, die Heizeinheit. Und das ist das Gebläse. Na gut, gucken wir mal. Du hast ja gesagt, du hast schon ein bisschen was gewechselt, oder was. Da ist ja eigentlich viel drauf, ne. Na hier haben wir auf jeden Fall schon mal... Naja, ich gucke mal auf jeden Fall mal rein. Hier haben wir noch eine NBN-Lieferung von Mischa. Oh nein. Lass dich, ich muss jetzt mal kurz aus dem Bild legen. Äh, Adresse. Ich mach das jetzt mal schnell auf. Und zwar für einen zukünftigen Test. Ah, jetzt muss ich einen kleinen Schnitt machen. Jetzt hab ich die Adresse glücklich gezeigt. Und ich losse es einfach mal raus. So, da ist es. Und zwar, ich hatte für einen kleinen Test, hatte ich Mischa mal, oder beziehungsweise, ich hatte Mischa einfach mal hier zwei solche Panel geschickt. Und für den Test brauche ich vier Stück. Zwei hab ich noch, und zwei hatte ich da von Mischa geschenkt. Da hab ich nicht gesagt, Mensch, kannst du mir die nochmal zurückschicken? Ich würde gerne mal mit den Düngern einen Test machen. Ich muss halt gucken, ob ich die hier angeladen kriege, ob das alles klappt. Und ob ich überhaupt Lust dazu hab. Aber ich werde es auf jeden Fall, denke ich, machen. Gut. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an alle drei Parteien. Ja, schön. Kann ich wieder basteln. Haut rein, tschüssi.